Ja, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir gucken uns heute einen ganz besonderen Duft an, der letztes Jahr erschienen ist. Aus dem Hause Louis Vuitton. Aus der ganz, ganz hochpreisigen Reihe der Extrait-Düfte. Und wenn euch das interessiert, dann denke ich mal, wird es gleich interessant. Wenn ihr zum ersten Mal hier auf dem Kanal seid und freut mich das natürlich sehr, dann grüße ich euch herzlich willkommen. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren könntet. Das würde mir nämlich insofern helfen, dass ihr keine Videos mehr verpasst und ihr mir durch das kostenfreie Abo wirklich sehr unter die Arme greift, weil das bei YouTube nun mal sehr, sehr hilfreich ist für kleine Content-Creator. Ich zeige euch mal, um welchen Duft es sich heute handelt. Und zwar handelt es sich um den Myriad von Louis Vuitton. Der ist 2023 erst erschienen. Ich mache euch schon mal auf Parfumo hier die entsprechende Seite auf und wir gucken uns das jetzt mal an. Also der ist 2023 erschienen. Ist wie die meisten, beziehungsweise wie alle Düfte von Louis Vuitton, vom Inhouse-Parfumeur Jacques Cavalier-Beltroux, der unter anderem ja auch dann die Klassiker wie Ombre Nomade gemacht hat. Er hat aber unter anderem auch zum Beispiel für Tom Ford den Tuscan Lever gemacht und auch die Aqua-Reihe von Bulgari und natürlich auch die hochpreisige Privé-Reihe von Bulgari hat er auch gemacht. Also ein, wirklich mittlerweile kann man ganz klar sagen, ein All-Star-Parfumeur. Wir gucken uns mal die Duftnoten ganz kurz zusammen an. Da haben wir Assam-Oud, französische Zentifolie, Safran-Ambrettsamen, bulgarische Rose, weißer Moschus, jedes Mal Kakao und Moos. Ja, und aktuell 7,5 von 10 bei Parfumo bei 35 Bewertungen. Aber ihr wisst ja, da gebe ich nicht wirklich viel drauf. Das ist nicht wirklich, sage ich mal, aussagekräftig. Wir blenden mal den Flakon aus. Ich zeige euch mal, dass ich hier die Original-Hersteller-Probe habe von Louis Vuitton. Ja, habe ich durch Zufall bei Parfumo im Souk gefunden. Da ich mich momentan ja wieder auf so einer leichten Rose-Oud, in so einer leichten Rose-Oud-Phase befinde, habe ich mir gedacht, alles klar, testest du den auch mal? Der soll gut sein. Ich zeige euch hier nochmal die Probe. Myriad von Louis Vuitton. Ja, und wir machen folgendes. Ich habe den Duft schon vor ein paar Minuten, also vor dem Video, schon mal aufgesprüht und habe den hier auf dem Teststreifen. Und wir riechen einfach nochmal zusammen. Und der ist so fern interessant, dass der im Opening wirklich richtig, richtig stark nach vorne geht mit dem Ud. Das ist also ein relativ kräftiges, leicht animalisches, auch, Verzeihung, leicht fäkales Ud. Mich erinnert das teilweise im Opening. Ich habe hier als Rohstoff unter anderem einen synthetischen Zibet-Rohstoff, der das Zibet-Sigret von der Zibet-Katze synthetisch mehr oder weniger nachempfinden soll. Und das hat stellenweise für Leute, die sich vielleicht noch nicht so mit dieser Duftrichtung auskennen, hat das stellenweise was leicht fäkales, was ein bisschen an Durchfall erinnern kann. Das klingt jetzt im ersten Moment erstmal okay, warum will ich so riechen? Ja, weil es Ud ist und weil manche Udsorten nun mal wirklich leider so riechen. Ich muss dazu sagen, ich bin von dieser Art von Ud kein Fan und deswegen kann der Duft bei mir hier im Opening auch nicht so wirklich punkten. Ich mag eher mein Ud, ja, wirklich als relativ tiefdunkles Holz. Am ehesten vergleiche ich das immer am liebsten mit so einer richtig herb, dunkel riechenden Schuhcreme bzw. so einer Schuhpaste. Das ist mein persönliches Lieblings-Ud. Ich mag also nicht so dieses fäkale Ud. Ja, das haben wir hier ganz klar im Vordergrund. Also das ist für Leute, die das noch nicht gerochen haben, sicherlich herausfordernd. Das nimmt sich mit der Zeit aber zurück und dann kommt immer mehr die Rose zum Vorschein. Und ich habe erst das Gefühl gehabt, dass mir diese Rose nicht gefallen könnte, weil ich eher auf süße, leicht süffige Rosen stehe, wie zum Beispiel aus dem UZ Mood, die dann so ein bisschen an so eine übersüße Rosenmarmelade erinnern. Das ist der hier nicht. Der ist, wenn die Rose so zum Vorschein kommt, so nach 20 Minuten, ist die eher herb. Noch leicht grün und eher würzig, würde ich persönlich sagen. Das wandelt sich aber tatsächlich noch sehr interessant im Duftverlauf. Das wird, ich kann das ganz schwer erklären, das müsst ihr vielleicht wirklich auch einfach selber riechen. Also ich habe hier bei dieser Art von Rose das Gefühl, dass sie mich ein bisschen an wie so eine Art Rosentee erinnert. Also eine Art Rosentee, der leicht zidrig auch ist. Ein kleines bisschen nur gezuckert. Aber trotzdem wirklich sehr, sehr interessant. Also diese Rose, die sich dann im Verlauf entwickelt, muss ich sagen, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Dann merkt man im Hintergrund auch, dass die Kakaonote mehr und mehr zum Vorschein kommt. Das Interessante ist hierbei, dass Louis Vuitton mit dem Nouveau Monde ja schon einen U-Duft im eigenen Portfolio hat, der auch diese Kakaonote relativ präsent, ich sage mal, in den Vordergrund stellt. Und das ist hier mit einer sehr, sehr vergleichbaren Intensität. Also ihr habt hier im Hintergrund auch so eine leichte, angenehme Kakaonote, die nicht zu süß ist, aber auch nicht zu herb ist. Und die mich persönlich sehr an den Nouveau Monde erinnert. Da kommen wir jetzt aber mal zu dem Problem, das ich mit diesem Duft habe. Und zwar ist das der Fall, wenn wir kommen jetzt mal auf den Preis zu sprechen. Wir reden hier bei 100 ml, zwar extra, okay, aber wir reden hier über 550 Euro, glaube ich. Oder 520, nagelt mich nicht genau darauf fest, 550 sind es, glaube ich. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir dieser Duft zu sehr Blaupausen zusammenkopieren vom Hausparfümer Jacques Cavalier-Beltroux. Also ich habe hier das Gefühl, hier wurde einfach ein bisschen was aus der Formel vom Ombre Nomade genommen, ein bisschen was aus der Formel vom Nouveau Monde, ein bisschen was aus der Formel vom Les Sables Roses, den es ja auch bei Louis Vuitton gibt, was ja schon ein Rose-U-Duft ist. Und dann hat man gesagt, lass uns einfach die Konzentration ein bisschen hochdrehen, damit die Leute ein Extrait kriegen und dass wir einfach nochmal 200 Euro mehr draufschlagen können. Und das ist mein großes Problem mit diesem Duft. Der riecht gut, der hat eine sehr, sehr gute Haltbarkeit, der hat auch eine sehr, sehr gute Ausstrahlung, aber das haben die anderen U-Düfte aus dem Hause Louis Vuitton auch. Was mir hier wirklich eindeutig fehlt, ist ein Alleinstellungsmerkmal. Also ich möchte, wenn ich 550 Euro für so einen Duft ausgebe, mich nicht an preiswertere Düfte aus dem gleichen Haus erinnert fühlen. Ich finde einfach, das macht keinen guten Eindruck. Also wenn ich hier das Gefühl habe, oh ja, hier ist ein bisschen was von Nouveau Monde drin, hier ist ein bisschen was von Ombre Nomade drin, die hätte ich alle preiswerter kaufen können aus dem selben Haus. Es soll nicht heißen, dass der Duft preiswert riecht oder dass der Duft irgendwie billig riecht oder synthetisch. Riecht hochwertig, gar keine Frage. Also Jacques Cavalier-Beltroux versteht sein Handwerk. Das ist einfach so. Aber wir haben hier für 550 Euro keine DNA, wo ich sage, alles klar, habe ich noch nicht gerochen, will ich die ganze Zeit riechen, absolut toll. Also wir haben hier wirklich einen sehr, sehr schönen Rose-Ut-Duft. Wenn man im Opening auf dieses eher Fäkale steht, dann wird einem das, denke ich mal, noch mehr gefallen als mir. Aber die Rose dann gefällt mir sehr, sehr gut, weil sie, ja, halt nicht so dieses typisch Rose-Ut-Klischee erfüllt, sondern, wie gesagt, es lässt sich ganz, ganz schwer erklären, wie das riecht. Also ich habe hier auch irgendwie wie so eine leichte Schwarzteenote, die mich irgendwie so an wie so eine Art Rosentee erinnert, ja. Und dann haben wir, wie gesagt, im Hintergrund noch den Kakao. Und im Opening haben wir ja auch noch ein kleines bisschen die Süße aus dem Safran. Ja, letztendlich bleibt mir da aber zu sagen, um das nochmal zusammenzufassen, dass ich hier ehrlich gesagt ein kleines bisschen enttäuscht bin. Also für 550 Euro, habe ich ja schon gesagt, erwarte ich ein bisschen mehr und möchte nicht an preiswertere Düfte aus demselben Haus erinnert werden. Und dann ist es letztendlich halt nur ein guter Rose-Ut-Duft, der aber nicht Weltklasse ist, der mich sonst nicht von den Socken haut. Ich weiß nicht, wie ich es empfinden würde, wenn er mich vielleicht nicht so sehr an die anderen zwei, drei Düfte aus demselben Haus erinnern würde. Dann wäre das vielleicht eine ganz andere Geschichte. Sei es drum, wie hat euch der Duft gefallen? Habt ihr den schon mal testen können? Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare. Hat der euch umgehauen oder hat euch nur der Preis umgehauen? Und das würde mich wirklich sehr interessieren. Ich bedanke mich auf dem Weg nochmal ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.